So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Boom Beach oder Boom Bitch, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es heißt schwarzen Bildschirm ich hoffe, dass das nicht normal ist na? jetzt nee geht Händeabkäufe, geh weg ah, guck mal, wie ist es? oh, hi komm mal an, das wird unsere Operationsbasis gegenwärts sein okay der Feind darf uns nicht überraschen bauen wir einen Schützenform müssen den Horizont jederzeit im Blick haben Hammer Schützenform nee, ich bin ihm da nicht Digga, nein ey, ich weiß nicht, man wird ins Spiel reingebauen aber man hat auch lieber ausmachen, Mann ich bin da nicht hinstellen Ficky ernsthaft ja, das ist jetzt sowas eh, was das verkehrt ist, glaube ich ver- 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 Mann eine Medaille. Wir müssen die Initiative ergreifen und unsere Nachbarinseln befreien. Stellen wir eine Einsatztruppe zusammen. Schicke Schützen auf ein Boot. Landungsboot. Ja, sind wir da. Okay. So. Truppen wählen. Ja, wir haben ja voll die große Wahl. Ach du meine Frisse. Ich bin Franzi. Ernsthaft? Hätte ich gedrückt halten können? Ah, okay. Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen ein weiteres Landungsboot für einen Würzenangriff. Kass mich nicht, ob ich den Nehmen war. Bringen wir noch mehr Schützen an Bord. Ja, wollen wir mal machen. Kann man mal machen. Ein Stück. Okay. Der hat eben mit Die Schützen sind einsatzbereit. Schreifen wir den Feind an. Okay. Feindliche Basis. Wow. Heimatbasis und feindliche Basis. Die Basis hat keinen Namen. Wähle die Artillerieeinheit. Ich habe keine Ahnung, wo die Sprüche sind. Pio. Pio. Hä? Krieg. Der totale Krieg. Digga, was? Alter. Ich dachte, der rasiert uns jetzt komplett weg. So, nochmal ran hier. Los, meine Danke, dass du die Eindringlinge zurückgeschlagen hast. Wir werden uns revanchieren. Äh, 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 ein Soldat oder was? Du erhältst eine Medaille, 640 Gold, Holz. Verlust keine Verluste. Das Dorf ist befreit. B Ja. Gute Arbeit. Wir haben die Feindliche Basis und die Inseleinwohner gerettet. Zurück zur Heimatbasis. Ich will Heimbasis sagen. Hallo. Kommandant, wir müssen diese Basis verbessern und die Gruppen stärken. Die Schwarze Garde ist eine übliche Orgina- Ne, Organisation. Wir werden sie an der Küste bekämpfen. Ein Rückzug kommt nicht in Frage. Jo, wahrscheinlich, oder? Ich werde gleich fördern. Ich bin nicht. Komm schon. Oh, nee. So viel haben wir schon gar nicht. Okay. Abrollen wir das mal. Am Anfang können wir noch dabei sein. 5 Minuten. Ai, 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 ai. Ach, die leben alle noch? Was ist das? Ah. Wie lange? 5 Minuten? Alter, 5 Minuten? Was ist das? Oh shit. Schwergewicht. Zereinheit für den. Also, so eine Frau kann Feindbeschuss aufnehmen. Ich habe keine Ahnung von dem. Goldblasen. Stell dir die Goldkarate. Ich habe keine Ahnung von dem. Äh, wie viele Sachen können wir auf einmal bauen? Jetzt mit Radarschäufer. Oh, wir haben noch einen. Ich will jetzt auch nicht die ganzen Jochen weggeben. Ich bin gerade weg. Drei sogar. Achso, okay. Okay, jetzt meine S***er. Macht ihn fertig. Nein! Okay. Nein! Nein! Nicht du! Verdammt! Oh nein! Mich hat mir auch schon gar keinen Namen geben durfte. Jawoll, macht das Wetter kaputt. Shit! Alter! Die nächste Base können wir alleine mit den Dicks fahren. Alle Kraftsteine. Lass alles andere liegen. Und sie verschwinden. Okay. Danke, dass du uns gerettet hast. Diese Männer haben uns gefangen genommen. Und in Götzen gestohlen. Ja, okay. Das sind tieferen. Verluste. Bob, es tut mir so leid. Ich hätte besser aufpassen müssen. Bob. Er war eh nur ein Opfer. Befreitest du auf 20 Gold pro Stunde. Cool. Ja, mal gucken ob wir die jetzt easy wegrecken können hier. Ja. Hat der überhaupt Verteidigung? Ja. Ja, na bock. So wird das gemacht. Easy. Jetzt könnte ich wahrscheinlich aussuchen. Wahrscheinlich immer drauf wieder. Und nochmal hier ein bisschen was abfeuern. Ja. Digga, was? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Danke, dass du... Sie haben uns tagelang ohne Essen und ohne Pause arbeiten lassen. Ja gut, aber irgendwie seht ihr alle gleich aus. Hurra, Verluste. Darf ich mir jetzt eigentlich schon mal einen Namen geben, weil... Wäre ja schon cool, wenn ich... Ja, ich schätze, Kommandant. Hä? Radar und... Ja, ich darf mich erst unbedingt, wenn ich das gemachte, Pony. Ah, jetzt darf ich hier... Radar und die Möder jetzt rein. Ja, ich will jetzt auch einen Gerät geben. Ich weiß nämlich nicht, für was ich nur noch brauche. So, gucken wir mal hier. Abwehr... Ist sowas, ne? Stein. Das ist aber gar nicht. Ich bin drin. Nein, ich bin drin. Das ist aber nicht drin. Nein, ich bin drin. Nein, ich bin hier nicht drin. Hier hat das Ruhre. Die Möder, die richtig fließen. Und das ist schon lieber. Oder Marse. Das ist wirklich... Nein, ich bin drin. Nein, ich bin drin. Nein, ich bin drin. Ich glaube, das ist jetzt so ähnlich... ...un-----------. ...----------------. Okay. Glück. Ah, der Verbeu ist noch nicht. Ich bin hier auf Level 9. Ja, das ist eine gute Szene, dann bin ich Soldat 2, 1, okay. Eine Minute, eine Minute, Digga, was? Für eine einzige, okay, das Spiel, das verbraucht von einem viel Zeit. Oh shit. Hallo, hallo, hallo. Ja, wir gucken denen jetzt zu. Nee, aber ich glaub nicht, dass ich das jetzt öfter werde hier. Das war jetzt so ein einmaliges Ding, glaub ich. Einfach weil ich da spiel mit. Ich kann zwischendurch mal irgendwie was. Danke, dass du uns befreist. Hier ist etwas Gold für den Kampf gegen die Bösemächte. Wenn du weiter befreist, stellen sie bestimmt auch einfach etwas bei. Aber du siehst immer Gleicherungs. Ich hoffe, man kann mehrere Inseln haben, weil das große Fläche sieht jedenfalls nicht so aus. Von da her. Der ist nicht. Da da, Antenne. Und fertig. Oh. Welt 2. Darf ich mich jetzt umnehmen? Nee. Upgraden. Okay. Upgraden. Nummer 2. Okay. Okay. Wir werden jetzt erstmal alles andere upgraden. Aber. Ich würd sagen, das mach ich dann. Ich würd den da nicht stehen haben. Wenn die Fläche so richtig hier stehen haben. Hat mich das so passiert. Ich stell die Lager da vor. Mauer, weil wir haben ja anscheinend noch keine Mauer. Und ich weiß gar nicht, ob's Mauer gibt. Ja. Miene, Mörser, Schützenturm. Mauer, Mauer. Wo bist du? Gibt's nicht oder was? Ja wenigstensäcke hätte man hinstellen können. Das ist Ablenkung oder so. Ja, das macht das Spiel schon ein bisschen schwerer als Clash of Clans. Ich laufe gleich jetzt. Mir ist eigentlich immer... Ja gut. Das war's. Bis zum nächsten Part. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt Daumen hoch, wenn nicht gebt Daumen runter. Ähm. Wie gesagt, das wird höchstwahrscheinlich der einzige Part bleiben. Außer ich hab wieder Bock das nochmal aufzunehmen irgendwie. Angriffe mit euch zu machen. Bis dann. Und ciao. Euer Firelexer.